Sie sind gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Geschäftstermin und auf der Fahrt dorthin versagt Ihr Akku. Kein Problem, wenn Sie das Universal-USB-Notebook-Netzteil fürs Auto dabei haben. Das kompakte Netzteil ist so klein wie eine Zigarettenschachtel und bringt Anschlussadapter für alle gängigen Notebooks mit. Für neue Energie suchen Sie sich den passenden Adapter, schließen das Notebook an und verbinden das Netzteil mit dem Zigarettenanzünder Ihres Autos. Die Wahl zwischen den sieben Spannungen erfolgt bequem per Tastendruck. Die gewählte Ausgangsspannung wird dabei auf dem LC-Display angezeigt. Der zusätzliche USB-Stromausgang versorgt Ihr Navigationsgerät oder Ihren MP3-Player mit voller Energie. Dank dieser Multilösung müssen Sie beim Kunden nun nicht mehr um eine Steckdose bitten. Das wäre ja auch peinlich. Dieses kleine Wunderteil sollte in Ihrem Auto nicht fehlen.